Herzlich Willkommen zu Jawbreaker, ein Level, was ich schon sehr lange durchspielen wollte und jetzt bin ich endlich gut genug, dass ich es schaffen kann. Ja, und deshalb habe ich es jetzt schon eine Zeit lang geübt. Inzwischen kann ich es einigermaßen. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich es durchspiele, aber jetzt schon mal das Intro. Und dann seht ihr jetzt gleich im Anschluss alle Clips von mir, wie ich vielleicht mal gestorben bin, geraged bin und dann wahrscheinlich auch, wie ich es durchgespielt habe. Viel Spaß! Let's go, Digga! Let's go! Da ist der Progress! Da kommen wir voran! 73%, sehr nice, sehr nice! Weiter so! Ich wusste gar nicht, dass es Teleporter gegen Metroid Dash gibt. Ende. Ciao! Ne, es reicht! Mann, es reicht! Nein! 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 Nein, nein! Nein! Komm schon! Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Nein, das ist nicht passiert. Ach man, nein! Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. BOOM! Yes! Yes! Geil! Nice! Wie viele Versuche sind es denn? 1479 Sind... 1050 1059 Äh, 3059